Ja, einen schönen guten Tag wünsche ich. Mein Name ist Martin Zerbers. Einige von Ihnen konnte ich schon beim Kick-Off-Camp begrüßen. Allen anderen sage ich auch noch mal willkommen an der Hochschule Koblenz in diesem vielleicht etwas zu speziellen Sommersemester 2020. Die Situation aufgrund des Coronavirus ist etwas anders als ansonsten in den Semestern. Und da ich vorhabe, Ihnen möglichst die Teilnahme an der Vorlesung auch digital zu ermöglichen, möchte ich Ihnen in diesem kurzen Video erläutern, wie Sie sich startklar machen. Also wie der Kurs funktioniert, aufgebaut ist, wo Sie sich anmelden müssen, wie Sie sich anmelden müssen und so weiter und so fort. Es gibt im Prinzip drei wichtige Dinge, die Sie ans Laufen kriegen sollten. Und zwar ist das zum einen die Anmeldung im entsprechenden OLAT-Kurs, den ich Ihnen gleich zeige, wo Sie den finden. Dann wird es sein, das Arbeitsheft in Papierform und auch in einer digitalen Variante. Das zeige ich Ihnen. Das funktioniert im Prinzip über die App OneNote. Und das dritte ist die Kommunikation, also die Aufrechterhaltung, Sicherstellung einer möglichst einfachen, schnellen und unkomplizierten Kommunikation mit Ihnen. Und das wird über Slack funktionieren. Dazu aber gleich mehr. Als erstes und wichtigstes wird sein, dass Sie sich im OLAT-Kurs anmelden. Zugang zur Plattform OLAT verschaffen Sie sich über die Seite der Fachrichtung Bauingenieurwesen. Da den Link auf OLAT. Dann müssen Sie sich hier die entsprechende Hochschule auswählen und melden sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Kennwort, das Sie vom Rechenzentrum im Rahmen des Kick-Off-Camps bekommen haben, an. Dann landen Sie noch nicht automatisch im Kurs PHK 1, wo ich jetzt hier drin bin, sondern landen erst mal auf der allgemeinen Seite, auf der hier, und müssen dann erst mal den Kurs finden. Den Kurs finden Sie, naja, unter Kurse, im Katalog der Hochschule Koblenz. Da finden Sie dann erst mal alle OLAT-Kurse, die gelistet sind an der Hochschule Koblenz. Dann müssen Sie in den Fachbereich Bauen, Kunst, Werkstoffe. Da dann wiederum in die Fachrichtung Bauingenieurwesen. Und dann müssen Sie Ihren entsprechenden Studiengang auswählen. Ich picke mir jetzt mal den Bachelor Bauingenieurwesen raus. Und da finden Sie jetzt alle aktiv geschalteten Kurse des Bauingenieurwesens im Bachelor. Auch die Seite der Fachschaft zum Beispiel. Und dann gehen wir auf die Seite 2. Da werden wir dann PHK 1 finden. Da finden Sie verschiedene Kurse aus den unterschiedlichen Semestern. Und wir brauchen jetzt natürlich das Sommersemester 2020. Dann landen Sie in der Begrüßungsseite des Kurses. Da finden Sie noch mal, oder da finden Sie das Video des Kick-Off-Camps. Ich habe das noch mal neu aufgenommen, weil bei der Aufzeichnung etwas schief lief. Insofern wundern Sie sich nicht, wenn das ein bisschen anders aussieht, als das, was Sie im Kick-Off-Camp gesehen haben. Da geht es also darum, was ist Bauphysik überhaupt, was machen wir im ersten Semester und so weiter. Können Sie sich anschauen. Und das ist verlinkt auf eine Videoplattform, die heißt Panopto. Ich habe zwar auch einen YouTube-Channel, aber den fütter ich nicht mehr, weil YouTube ja bekanntermaßen in Sachen, naja, Datensparsamkeit, Datenschutz jetzt nicht so herausragend führend ist. Und der Videoserver, den die Hochschulen in Rheinland-Pfalz verwenden, Panopto, in der Hinsicht sauber ist. So, also was müssen Sie jetzt in dem Kurs machen? Also Sie haben zum einen den Kurs gestartet. Dadurch befinden Sie sich schon mal im Kurs. Und das Erste, was Sie tun sollten, ist hier oben unter Mein Kurs ein Lesezeichen zu setzen, ein Bookmark. Warum? Weil Sie dann den Kurs unter Ihrem Autorenbereich und der Favoriten einfach schneller wiederfinden können. Dann ist das Zweite, das Nächste, das, ja, zweitwichtigste, dass Sie sich unter Organisatorisches, das dauert ein bisschen, so, unter Organisatorisches, in Ihre Semestergruppe eintragen, einschreiben. Sie finden da alle Studiengänge, die berechtigt sind, am Modul PHKO1 teilzunehmen und die Gruppe Gast. Das ist gedacht für externe Studierende oder auch Wiederholer, die die Klausur schreiben müssen, aber die Studienleistung schon bestanden haben. Also tragen Sie sich hier in Ihre Semestergruppe ein. Das können Sie machen bis zum 24.04.12 Uhr, aber je schneller Sie das tun, umso eher können Sie die Sache abhaken. Was finden Sie in diesem Kurs? In diesem Kurs finden Sie überwiegend Informationen, Unterlagen und einen Abgabeordner, wo Sie digital Dinge später hochladen können. Da gehen wir dann aber eben auch später drauf ein. Das heißt, das Erste, was Sie jetzt machen sollten, ist, sich einfach mal in dem Kurs umzuschauen. Es kann sein, dass Sie nicht alle Reiter finden, die ich jetzt hier aufgelistet habe, weil ich natürlich andere Zugriffsrechte habe. Was Sie hier auch finden an wichtigen Informationen, sind die Elemente, die ich Ihnen eben schon sagte. Sie finden zum Beispiel die Art, wie ich mit Ihnen kommunizieren möchte, verlinkt. Ich kann zwar auch über OLAT E-Mails an Sie verschicken, ich finde das Ganze aber etwas sperrig. Außerdem finde ich es sehr unorganisiert, wenn Sie mir eine E-Mail schreiben, wenn Sie eine Frage haben. Das betrifft vor allem natürlich jetzt die Situation, die jetzt entstehen kann, falls der offizielle Beginn des Sommersemesters verschoben werden wird oder falls es mal zur Schließung der Hochschule kommen wird, ist E-Mail bei weitem die schlechteste Möglichkeit, untereinander und mit Ihnen zu kommunizieren. Deswegen würde ich das gerne auf eine WhatsApp-Sehr-Ähnliche Art tun, nur dass Slack auch hier wiederum nicht so datengierig ist wie WhatsApp. Sie können sich über diesen Link zur Slack-Gruppe, Slack ist das Programm, PHKO1 anmelden, eintragen. Dann landen Sie hier, wenn Sie sich das entsprechende Programm auch noch runterladen. Und das läuft auch auf allen Endgeräten, also auf Tablets, auf Smartphones und so weiter, PCs, MacBooks, läuft diese App und funktioniert im Grunde nach wie WhatsApp, nur strukturierter. Wie Sie sich jetzt in Slack anmelden, also auch da sollten Sie einen Namen hinterlegen, der eindeutig ist und eine E-Mail-Adresse. Mit welcher E-Mail-Adresse Sie das tun, ist völlig egal. Also Sie können die Hochschule-E-Mail-Adresse verwenden, Sie können aber auch eine Wegwerf-E-Mail-Adresse verwenden, ist völlig egal. So, und dann tauchen Sie später hier auf. Momentan, naja, bin ich hier, der Herr Hilger als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Herr Mock als wissenschaftlicher Mitarbeiter sind schon im Kurs drin oder in der Workgroup drin. Und die Frau Zürbis schreibt gerade, was sehe ich, ist auch schon drin, weil wir natürlich eng mit Bauentwurf zusammenarbeiten. Also melden Sie sich an in dieser Workgroup Slack, weil dann können wir sehr schnell miteinander kommunizieren. Sie können Fragen stellen. Das wird dann bitte in diesem Channel stattfinden. Also immer wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie das in die Rubrik Fragen. Später, wenn Sie Fragen zur Klausur haben oder ich Mitteilungen zur Klausur habe, findet das hier statt. Wenn Sie Fragen zu Ihrem Bauprojekt haben, stellen Sie bitte die Fragen hier. Der Vorteil ist, dass Sie alle diese Frage sehen können. Viele haben die gleiche Frage. Und wir, das heißt der Herr Hilger, der Herr Mock und ich, können das jederzeit beantworten und sehen, dass die Frage dann auch schon beantwortet worden ist. Wenn Sie mir nur eine E-Mail schreiben und sicherheitshalber Herrn Mock und Herrn Hilger auch noch, dann kriegen drei Leute eine E-Mail und werden beschäftigt damit. Und Sie erhalten im Zweifel drei leicht abweichende Antworten. Insofern beantworten wir Fragen per E-Mail äußerst ungern oder eigentlich gar nicht. Wenn Sie jetzt etwas so Persönliches haben, dass Sie nicht möchten, dass alle anderen Mitglieder dieser Workgroup das auch lesen, dann können Sie auch mit einzelnen Personen direkt kommunizieren, indem Sie auf den Namen klicken und dann hier entsprechend einen Chat beginnen. Das können dann nur die beiden Teilnehmer dieses Chats tatsächlich lesen. Das heißt, Sie können untereinander kommunizieren, was ein großer Vorteil ist, wenn Sie Lerngruppen bilden oder auch in Ihrer Projektgruppe kommunizieren möchten. Und Sie können mit uns direkt kommunizieren. Also ganz viele Vorteile. Datensparsam und läuft auf allen Endgeräten und ist viel, viel schneller als E-Mails schreiben über OLAT. Gehe ich nochmal zurück. Das ist der Punkt Informelle Kommunikation. Kommen wir jetzt zum zweiten wichtigen Element. Das sind digitale Lernelemente des Kurses. Sie sollten auf jeden Fall das Arbeitsheft, das Arbeitsbuch besitzen. Ich empfehle da eine Papierausfertigung. Sie können sich das Buch gebunden im Raum N013. Nachricht von Frau Zirwes über Slack. Sie können sich das Buch zum Selbstkostenpreis bei Herrn Mock besorgen in Raum N013. Das kostet dieses Semester 13 Euro, ist in Farbe ausgedruckt, gebunden und enthält auch Bearbeitungsblätter drinnen. Das Formelbuch ist quasi integriert und einige Literaturquellen, die wir brauchen, ist auch alles in diesem Buch drin. Und Sie können das Heft auch während der Klausur benutzen. Zusätzlich zur Papierausfertigung befindet sich das komplette Buch in einem sogenannten OneNote Notizbuch. Das sehen Sie jetzt hier. Die Rubrik nur für Lehrer ist für Sie nicht sichtbar, sondern Sie sehen hier oben die fünf Reiter. Und da finden Sie das Arbeitsheft für Sommersemester, schon aufgeteilt in die entsprechenden Kapitel. Sie finden Angaben zur Organisation und Allgemeines, also hier zum Beispiel auch die Termine und den Inhalt des Sommersemesters. Das habe ich Ihnen im Kick-Off-Camp schon als Papier mitgegeben. Sie finden hier auch wieder Hinweise zu den ganzen Quellen, die wir brauchen oder die ich Ihnen empfehle. Und über diesen Link im OLAT-Kurs, ist ein bisschen versteckt, hier, da, unten ist der Link, gelangen Sie zu Online-Versionen dieses Arbeitsheftes. Ich klicke da mal drauf. Das heißt, zu einer Leseversion. Sie können also nur lesen, das sieht dann so aus. Und der große Vorteil ist, wenn ich hier etwas schreibe, später im Arbeitsheft, das heißt, ich hier irgendeine Aufgabe vorrechne im Rahmen einer Veranstaltung, können Sie über diesen Lesezugriff hier automatisch sehen, was ich geschrieben habe. Sollten Sie also mal einer Veranstaltung nicht beiwohnen können, krank sein, was auch immer, oder Ihre Mitschriften mit meinen vergleichen wollen, dann können Sie das über diesen Link jederzeit tun. Streng genommen müssten Sie also gar nicht mitschreiben, wenn ich irgendwas schreibe, sondern Sie können es dann im Nachgang übertragen oder sich schenken, was natürlich, was den Lerneffekt angeht, jetzt nicht so sehr das Optimum darstellt. So können Sie aber sicher sein, nie etwas zu verpassen. Und das wird wahrscheinlich im Sommersemester 2020 besonders wichtig sein. Also, Leselink hier, den Link hier oben, einmal als Lesezeichen in Ihrem Browser abspeichern und Sie können jederzeit auf mein Notizbuch zugreifen. Nur mit Leserecht. So, dann haben wir den Punkt Digitales Lernelement Arbeitsheft. Und im Arbeitsheft, das sehen Sie hier schon, gibt es an verschiedenen Stellen QR-Codes zu Aufgaben. Nehmen wir mal die Aufgabe, Aufgabe A3, gibt es einen QR-Code. Und diesen QR-Code, der verlinkt quasi ein Video, was sich auf einer Videoplattform, nämlich Panopto, befindet. Und die Übersichtsseite dieses Panopto-Video-Ordners, wo ich die Videos für den Kurs PHKO1 hinterlege, finden Sie auch in OLAT. Sie kommen aber auch mit Ihrer Hochschulkennung direkt auf den Videoserver Panopto. Und da finden Sie zum einen, jetzt gucken wir mal hier rein, finden Sie die Aufgabe A3. A3, 1, 2, 3, 4 und 5. Hoffe ich, dass die Nummerierung stimmt. A3, 1, 2. Ja, passt einigermaßen. Finden Sie also hier verlinkt die Aufgaben entsprechend. und können so auch nachvollziehen, Aufgaben, die ich in der Vorlesung nicht behandle, sondern sage, das sind Vorbereitungsaufgaben und so weiter, erhalten Sie hier eine Hilfe in Form von Videos, um sich das selber anzueignen. Das sind die zwei überwiegenden digitalen Lernelemente. So, dann war ein Kritikpunkt des vergangenen Semesters, dass es schwierig sei, mit mir Sprechzeiten zu vereinbaren. Das liegt auch daran, dass ich so viele Kurse und so viele Studierende habe. Insofern habe ich mir gedacht, mache ich das Ganze etwas strukturierter, wie später im Berufsleben auch. Dass Sie also nicht einfach vorbeikommen sollen und erwarten, dass ich dann im Büro sitze und Zeit für Sie habe. Das können Sie natürlich gerne versuchen. Es kann aber auch mal schief gehen. Sondern Sie können über diesen Punkt Sprechstunden direkt bei mir Termine buchen. Sie sehen hier in grün hinterlegt, das sind Gruppentermine für die jeweiligen Module, nachhaltiges Bauen, Lärm- und Emissionsschutz und halt auch für PHKO 1. Wenn da demnächst was stattfindet, werden hier Termine angezeigt. Sie können mit mir telefonieren oder einen Videochat durchführen. Und Sie können natürlich auch mit mir persönlich sprechen. Wobei es sein kann, dass der Punkt natürlich eingeschränkt werden muss, sollte das mit dem Coronavirus mal zu einer Schließung der Hochschule führen. Nehme ich den Punkt raus. Bislang können Sie aber zum Beispiel, jetzt nehme ich mal das Telefonat oder den Chat, wenn Sie da draufklicken, sehen Sie hier alle Termine, an denen ich Ihnen Zeitfenster anbiete, um mit Ihnen zu sprechen. Ich wähle jetzt mal hier einfach den 20. mal aus und dann sehen Sie alle Zeitfenster hier rechts, die ich Ihnen anbiete am 20. um mit Ihnen zu chatten, zu telefonieren. Wenn Sie einen Termin buchen wollen, sagen wir mal 11 Uhr, wählen Sie den an, klicken auf Bestätigen, dann müssen Sie noch eine E-Mail-Adresse hinterlegen und Ihren Betreff, also über was Sie sprechen möchten. Und dann wird der Termin automatisch gebucht. Das heißt, er wird in meinem Kalender eingetragen und Sie bekommen eine Besprechungsbestätigung. Und über diese Besprechungsbestätigung, die kriegen Sie einen Tag vorher auch nochmal, können Sie den Termin zum Beispiel auch absagen oder selbst verschieben. Und so denke ich, dass ich allen von Ihnen, die Gesprächsbedarf haben, Klärungsbedarf haben, möglichst schnell und unkompliziert Termine anbieten kann. Das wäre der Punkt Sprechstunden. Dann gibt es noch den Reiter Kursunterlagen. Kursunterlagen ist dann nochmal dieses digitale Arbeitsheft. Das finden Sie hier als PDF-Datei. Sie können sich das also auch selber ausdrucken. Die 320 Seiten, wenn Sie das möchten, ist kostenlos für Sie. Sie können sich das auch als PDF runterladen und auf Ihrem Tablet hinterlegen und digital arbeiten, was auch eine super Sache ist. Allerdings können Sie das Tablet nicht in der Klausur benutzen. Leider noch nicht. Sie erhalten hier nochmal den Link zum Notizbuch in OneNote. Den vollständigen Link, den müssen Sie dann nur kopieren und entsprechend öffnen. Sie finden eine Literaturliste mit Normen, die wir verwenden, wobei die wesentlichen Seiten aus den Normen in Ihrem Arbeitsheft schon abgedruckt sind. Und Sie finden einige Bücher, die wir Ihnen empfehlen. Allerdings sind auch da die wichtigen Informationen in Ihrem Arbeitsheft schon drin. Sowohl die Normen als auch die Bücher können Sie kostenlos als PDF über die Seite der Bibliothek beziehen. Informationen finden Sie dann da. Das erkläre ich jetzt hier nicht nochmal separat. Und Sie finden ein Buch, das ich persönlich ganz gut finde zur Vorbereitung auf das Fach Mathematik. Wir in Physik 1 brauchen jetzt nicht so viel Mathematik. Aber falls Sie in Mathe da was brauchen und Herr Baerweiler Ihnen da vielleicht erstmal nichts sagt, aber in der Regel empfiehlt er Ihnen auch was, finden Sie hier so einen Tipp meinerseits. Das sind die Kursunterlagen. Dann finden Sie noch einen Link zu einem Podcast, den ich betreue oder erstelle, wie auch immer. Und zwar spreche ich mit Menschen aus der Berufspraxis, um Ihnen ein besseres Bild zu vermitteln, was Bauingenieurwesen, was man damit alles machen kann. Im ersten Semester lernen Sie sehr viel Mathematik und Tragwerksplanung und Mechanik. Die Welt des Bauingenieurwesens ist aber noch breiter. Und insofern führe ich hier Interviews mit interessanten Menschen, die unterschiedlichste Berufe ausüben, die teilweise auch zum Beispiel Stefan Fitzau Luft- und Raumfahrttechnik studiert haben oder Landschaftsarchitektur. Also hören Sie doch einfach mal rein. Sie kriegen so ein umfassenderes Bild zum Thema, was ist Bauwesen, was ist Bauingenieurwesen. So, dann gibt es Organisatorisches. Da hatten wir über die Semestergruppe schon gesprochen. Sie finden hier auch noch mal die Termine und die Struktur. Da hatten wir schon drüber gesprochen. Und Sie werden demnächst finden, eine Möglichkeit, sich in Projektgruppen einzuschreiben, um Ihr Bauprojekt zu bearbeiten. Das ist noch nicht freigeschaltet, weil wir es gerade noch überarbeiten und das sonst auch zu viel wäre. Also den Reiter sehen Sie noch gar nicht. Werden Sie aber demnächst finden und dann kriegen Sie auch eine Mitteilung. Sie finden des Weiteren einen wichtigen Punkt, der heißt Mitteilungen. Und zwar ist das sozusagen das offizielle schwarze Brett des Kurses. Alles, was wichtig und prüfungsrelevant ist, das werden wir auch hier veröffentlichen, weil wir es müssen. Wir werden das auch in der Slack-Gruppe tun, aber wir werden es auch hier reinschreiben. Damit Sie das mitbekommen, sollten Sie hier oben den Punkt Änderungen auf Einschalten, damit Sie dann automatisch eine E-Mail bekommen, wenn hier etwas veröffentlicht wird von uns. Das Gleiche sollten Sie tun mit dem Reiter Kalender. Da stehen alle Termine unserer Veranstaltung PHKO 1 drin. Auch da sollten Sie die Änderungen hier oben auf Einstellen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich die Kalendereinträge verwalte. Insofern weiß ich, wann da was passiert. Und wenn jetzt sich da etwas ändert, wenn also zum Beispiel nächste Woche am 17. keine Einführungsveranstaltung im Raum P100 stattfindet um 8.15 Uhr, dann werden wir das auch hier ändern und Ihnen mitteilen, wie wir es abwickeln. Insofern wichtig, alle offiziellen Termine, Terminverschiebungen, kriegen Sie mit, wenn Sie diesen Kalender abonnieren. Sollten Sie also auch tun. So, das ist der Reiter Organisatorisches. Dann gibt es noch einen Reiter Kursinhalt. Den können Sie sich einfach mal angucken. Das erläutern wir Ihnen aber auch später, welche Bewandtnisse es damit hat. Dann werden Sie demnächst finden einen Reiter Studienleistung Sommersemester 20. Ist noch nicht freigeschaltet für Sie. Das betrifft, ich mache das mal aus dem letzten Semester auf, Ihre Studienleistung, Ihr Projekt. Sie finden schon einen Reiter Prüfungsleistung, Klausur, können Sie sich gerne angucken. Kommen wir aber später auch noch mal drauf zurück. So, zusammenfassend, was ist wichtig? Wichtig, erst mal anmelden zum Kurs PHKO 1. Zweiter Schritt, sich über Organisatorisches und Semestergruppe in Ihren Studiengang eintragen. Einschreiben. Dritter Schritt, anmelden in der Slack-Gruppe, damit wir schnell und unkompliziert mit Ihnen kommunizieren können. Nächster Schritt, besorgen Sie sich das Arbeitsheft. Solange die Hochschule noch offen hat, können Sie sich das Heft kaufen. Also machen Sie das. Digitale Version finden Sie unter Kursunterlagen als PDF. Und Sie finden über diesen Link das Online-Arbeitsheft an der Stelle hier. Da können Sie sich aber keine PDF runterladen. Wenn ich mal ins Arbeitsheft reingehe noch mal, sehen Sie, dass das im Prinzip Ausdrucke sind. Das sind also Grafikdateien. Das können Sie sich nicht so gut ausdrucken. Das ist eigentlich der einzige Nachteil von OneNote. So, wieder zurück. So, also Arbeitsheft besorgen, OLAT anmelden, Slack-Gruppe anmelden. Wenn Sie sprechen möchten, buchen Sie sich einen Termin, bitte selbst. Und dann sind Sie eigentlich startklar. Was habe ich vor mit Ihnen? Es gibt jetzt momentan aus jetziger Sicht, ich habe noch keine aktuellen Informationen. Wir haben jetzt Freitag, der 13. 9.05 Uhr. Ich habe keine Informationen, ob der offizielle Beginn des Sommersemesters verschoben werden wird. Oder ob es zu einer Schließung irgendwann kommen wird, wegen eines Corona-Falls an der Hochschule. Ich habe vor, in jedem Fall mit Ihnen das Modul zu beginnen. Wenigstens in virtueller Fassung. Das heißt, über Video-Livestreams, die ich aufzeichne, die Sie sich später angucken können. Und über die Video-Livestreams können Sie auch Fragen reingeben. Das erläutere ich aber noch mal in einem separaten Video. Deswegen ist es extrem wichtig, dass Sie sich in dieser Slack-Gruppe und im OLAT-Kurs anmelden und die Unterlagen parat haben. Wenn Sie das getan haben, sind Sie startklar und können von zu Hause studieren und das Modul fast annähernd gleichwertig belegen, ohne Zeit zu verlieren. Deswegen ist es extrem wichtig, dass Sie das diese Woche noch tun. Wenn Sie bis dahin Fragen haben, Schwierigkeiten auftreten, dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, mir oder Herrn Hilger eine E-Mail zu schreiben. Aber ich denke, dass über die Links sich entsprechend alle Möglichkeiten eröffnen, in die Slack-Gruppe einzutreten. Und dann können wir einfacher miteinander schreiben. Gut, ich hoffe, dass wir das Semester einigermaßen produktiv über die Bühne kriegen, ohne dass Sie Zeit verlieren. Ich hoffe, dass Sie gesund bleiben. Und ja, ich bin gespannt, wie das Semester so wird. Bis dahin, alles Gute! Nein, alles Gute! Gute! Untertitelung des ZDF, 2020